guten tag hier ein sehr wuchtiges geschoss für unseren kunden luxemburg wir haben hier eine 2007 corvette hier heißt das ja chevrolet corvette die z06 ist die rennsport variante der corvette das hier ist eine c6 der nachfolger die c7 ist ja seit november 2013 hier am markt hier ein kurzer blick auf den motor das ist die ls7 das ist ein sieben liter acht zylinder das ist die basis eigentlich für den neuen kamaro z28 der bringt 505 ps auf die straße das sind die spider chromfelgen im blick auf die roten bremszettel das ist im preislastungsverhältnis eine wahnsinns rakete listenpreis lag damals 2007 85.000 dollar und mehr das fahrzeug hat zusätzlich noch ein corsa rennauspuff wie man vorhin unschwer hören konnte natürlich handschalter die z06 gab es nur als handschalter 2013 gab es auch noch eine sogenannte 427 variante das war dann wohl das cabrio mit dem besten preis leistungsverhältnis ps zu kaufpreis in leder schwarz das hat ein großes hauen system short drifter das fahrzeug hat ein überschauerbares cockpit und hier wenn man genau hinblick sieht man auch das head up display dieses fahrzeug freut sich auf seine reise nach luxemburg wir das team von schoner autobro cost in florida vor lauderdale wünschen ihnen allzeit gute fahrt und viel spaß und vergnügen mit diesem auto hier noch ein kurzer blick von der seite viel spaß mit diesem auto auf wiederhören